PM Verstehen, der Audioblog über Projektmanagement mit Michael Taube. PM Verstehen – Selbsteinschätzung Im letzten Post habe ich über den Lernbedarf des Projektleiters der Projektleiterin geschrieben. Ich möchte Ihnen diesmal eine Aufstellung präsentieren, mit der Sie sich selber besser einschätzen können. Besonders spannend wird die Selbstanschätzung, wenn Sie andere Menschen zur Einschätzung Ihrer Person anspornen können. Man nennt das Fremdeinschätzung. Allerdings schätzen wir hier vor allem unsere Fähigkeiten in den Bereichen Sozial- und Personalkompetenz. Aber das ist es ja, was die anderen Menschen von uns merken. Folgende Kompetenzen sind zu schätzen. Führungsstärke, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktmanagement, Haltung, Lernbereitschaft, Reflexionsfähigkeit, Zielorientierung, Prozessoptimierung und Beziehungskompetenz. Schreiben Sie diese Kompetenzen auf und bewerten Sie diese von 1 bis 5. Wobei 5 Höchstleistung bedeutet und 1 keine Kompetenz. Sollten Sie eine oder mehrere Kompetenzen mit einer 3 oder kleiner bewertet haben, finden Sie hier den Ansatz, sich zu verbessern. Haben Sie Fragen oder Meinungen zu diesem Post? Dann mailen Sie mir unter michael.taube.deutsche-projekt-akademie.de Ich freue mich sehr darüber. Das war PM Verstehen. Mehr Informationen zu Projektmanagement finden Sie auf der Homepage der Deutschen Projektakademie. Das war PM Verstehen.